Hey Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute werde ich was richtig Besonderes und was richtig Cooles machen und zwar werde ich die American Candy Challenge machen. Genau, also letztes Mal habe ich ja die American Candy auch Challenge gemacht, aber heute wird das ein bisschen anders sein. Und zwar werden wir das so machen, nicht nur amerikanische, sondern auch mexikanische, asiatische, alles mögliche. Und ich freue mich auf jeden Fall schon richtig doll, denn ich probiere die danach auch mit Sophia, weil Sophia schläft heute bei mir. Und ja genau, ich würde sagen viel Spaß beim Video und der Laden ist auf jeden Fall ein Braunschweig, der heißt House of Sweets & iShop. Ich freue mich auf jeden Fall. 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 So, das esse ich jetzt nicht, guck. Achso. Nee. Ich hab nur Bock, ob die sind Jelly Sticks. Nee, komm, komm. Jetzt geh ich meinem Bruder, ey. Ich hab davon auch noch vier Packungen geholt, ey. Ich esse das alles nicht. Das ist wirklich selber. Guck. Ja, die Stücke sind wiederig. Die sind Krebs herregend. Nicht das Jelly. Das ist irgendwelche kützliche Kacke. Jo. Ich wollte eigentlich gut probieren. Am Ende werde ich die ganzen Cheapes aufessen. Hallo. Ich bin lieb mal was rausgeschnitten. Können wir doch das da essen? Ja. Ja. Oh, so wenig. Wie? Ich hab nur von den... Von den... Von Taro, ey. Die darfst du nicht probieren. Die probier ich auch nicht. Ich hab voll vergessen. Taro. Taro ist, äh, Süßkartoffel. Und dann? Das schmeckt nicht. Die Kartoffel schmeckt nicht. Oder was geht das? Nein. Taro Mosure. Die tut es naturell. Alter, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen. Und hier an der Kamera sieht. Okay? Ich zeig denen das mal jetzt. Bei diesem Jelly Cup. Ist so da wie das heißt. E 400. Äh, 7. E 700. Guckt mal, Leute. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. E... E... Überall. Öl. Aber wie ist das? Das stimmt. Oh, sorry. Der ist voll dick. Ich weiß. Jau. Was ist das? Warte. Das schmeckt. Warte. Ich muss noch ganz auf. Schmeckt sogar. Ja. Guck mir. Von dem könnte ich viel essen. Ne, ne. Viele sind zu Kremsfammeln. Nein. Hab ja auch gar nicht viel Kaffee im Wohnen. Ey, wir reden die ganze Zeit von diesen Kremserinnen. Guck. Ja, seitdem du mich heute Morgen gefragt hast, sind da eh's drinne? Ja. Wenn das Video gefallen hat, dann lass natürlich einer noch unter.